Kapitel 2 Stehst du seit Neuem auf mich? Als sie nun im Unterricht saßen, begann Professor Bain, Paare für eine Arbeit zu bilden. Hermine wusste genau, mit wem er sie einteilen würde, da sie vor der Stunde zu ihm meinte, sie könne Malfoy bei der Arbeit behilflich sein. Schließlich war sie Jahrgangsbeste und die Lehrer aßen ihr förmlich aus der Hand. Mr. Malfoy und Miss Granger, rief der Professor aus. Langsam drehte Hermine ihren Kopf und sah Malfoys entsetzenden Blick entgegen. Professor, ich kann nicht mit Granger zusammenarbeiten, sagte er schließlich in seinen arroganten Tonfall. Die Jungs aus Slytherin fingen an zu lachen und feierten natürlich ihren Liebling. Das war wieder mal so ein Moment, in dem sich Hermine fragte, wieso sie sich überhaupt auf die Wette eingelassen hatte. Tut mir leid, Mr. Malfoy, aber sie werden sich damit abfinden müssen. Gehen sie zu Miss Granger und fangen sie an, sagte der Professor in einem ruhigen Ton, auch wenn es eindeutig war, dass er von Malfoys Art genervt war. Draco stand nun auf und ging wenig begeistert auf Hermine zu. Er nahm Ginnies Platz neben ihr ein und ließ sein Buch auf den Tisch fallen. Er hasste es, wenn er mit den Gryffindors zusammenarbeiten musste, vor allem mit Granger, Schlammblut und Jahrgangsbeste. Scheinbar konnte er nicht verdauen, dass er wegen ihr nur der zweite Jahrgangsbeste wurde. Und seit sich Hermine so komisch verhielt, wollte er ihr noch mehr aus dem Weg gehen, als er es sonst schon tat. Beide saßen an demselben Tisch und jeder war mit seinem eigenen Buch beschäftigt. Draco machte keine Anstalt, im E-Zusammenarbeiten zu wollen. Hermine fragte sich, wie sie den Eisprinzen von Slytherin zum Schmelzen bringen könnte. Es schien ihr praktisch unmöglich. Professor Bane war, was die Kleiderordnung anging, sehr streng, also konnte Hermine heute nicht mit einem tiefen Ausschnitt herumlaufen. Stattdessen zog sie den Rock genügend hoch, um gut ihre Beine zu zeigen. Doch der Eisprinz schien nicht anzubeißen. Er würdigt sie nicht einmal eines Blickes. Also musste sie selbst handeln. Sie bewegte ihr Bein so, dass es das vom Malfoy strich und dicht an seinen blieb. Draco zuckte zusammen und schaute sie sternrunzelnd an. Er fragte sich langsam echt, ob das volle Absicht von ihr sei. Hermine beachtete seinen Blick nicht, sondern tat so, als ob nichts wäre und las einfach weiter. Tief ausatmend zog Malfoy sein Bein weg und rutschte ein kleines Stück zur Seite. Hermine fragte sich, was sie als nächstes tun könnte, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und ließ schließlich ihren Stift direkt von Malfoy's Füßen zu Boden fallen. »Ups«, meinte sie und kroch schnell unter den Tisch. Während sie das tat, hielt sie sich an Malfoy's Arm fest. »Sag mal, geht's«, kam es von einem aufgebrachten Draco. »Was war nur los mit Granger? Sie war sonst auch nicht so tollpatschig.« Draco fing sie langsam echt an zu nerven. »Mein Stift ist mir runtergefallen«, murmelte Hermine unschuldig. Langsam ließ sie ihre Hand von Malfoy's Arm zu seinem Bein wandern. Er spürte, wie er sich verkrampfte und schaute sich schnell um, ob jemand zu ihnen sah. Doch alle waren mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt. »Herrje, Granger, es kann doch nicht so schwer sein, einen Stift aufzulesen, oder?« flüsterte er ihr zu und hoffte, sie würde bald unter den Tisch hervorkommen. »Er würde vor Scham sterben, wenn jemand sie so sehen würde. Schlimm genug, dass sie zusammen arbeiten mussten.« »Glaub ihn«, rief Hermine aus und kam sich noch an seinen Beinhalten wieder rauf. »Ich weiß, dass ich toll bin, aber du musst mir nicht gleich zu Füßen liegen«, meinte er genervt. War ja klar, dass Malfoy so eine Aussage machen würde. Hermine fragte sich echt, wie sie es schaffen sollte, dass er ihr ein Kompliment macht. Der Einzige, der Komplimente von Draco Malfoy bekam, war Malfoy selbst. Obwohl, wenn sie es sich recht überlegte, ihr Teil war es einig, das Gegenteil zu beweisen. Und bis jetzt lief alles darauf hinaus, als würde sie gewinnen. Hermines Hand lag immer noch auf seinen Beinen und er stieß sie unsamt von sich. Dann mummelte Malfoy etwas in der Art Schlammblutbakterien und rutschte noch ein Stück zur Seite. Wette hin oder her, Hermine platzte langsam der Kragen. »Wie gern würde ich dir eine in dein ach so schönes Gesicht verpassen. Oh, warte, das habe ich ja schon mal.« Beim letzten Satz ging ihre Stimme hoch, doch anstatt dass sich Draco nervte, begann er nur frech zu grinsen. »Pass auf, Granger, wenn du mein Gesicht als so schön bezeichnest, könnten die Leute denken, du stehst auf mich.« Sein arrogantes Grinsen gab Hermine den Rest. Doch als sie Professor Baines' mahnenden Blick auf ihn sah, beschloss Hermine nichts zu sagen und widmete sich ihrem Buch. Malfoy machte es ihr gleich und Stille trat zwischen den beiden ein. Was für eine Frecher zu behaupten, dass man denken würde, sie würde auf ihn stehen, ausgerechnet auf Draco Malfoy. Hermine hob langsam ihren Blick und startete dem blonden Jung an. Seine blonden Haare hingen ihm wie sonst auch immer lose in die Stirn. Ihr fiel sofort seine starken, markanten, männlichen Züge auf. So genau hatte sie ihn noch nie gemustert. Alles in allem sah er verboten gut aus. Naja, zumindest solange er die Klappe hielt. Stopp! Hermine holte sich schon aus ihren Gedanken raus. So durfte sie auf keinen Fall über das Frätschchen denken. »Bist du fertig?« fragte Malfoy genervt, ohne sie dabei anzuschauen. Hermine versuchte, alles in ihrer Macht stehen sie zu tun, um nicht rot anzulaufen. War es so offensichtlich, dass sie ihn gemustert hatte? »Jetzt reicht es«, rief Professor Baines laut aus und die beiden hatten die Aufmerksamkeit aller auf sich. »Miss Granger, ich dachte, Sie wollten Mr. Malfoy helfen und sich nicht mit Ihnen streiten.« Als Draco diese Worte hörte, schaute er Granger mit finsteren Blick an. »Sie hat es mit Absicht gemacht. Sie wollte mit Ihnen zusammenarbeiten. Aber wieso?« »Spinnst du, Granger?«, knurrte Draco leise. Am liebsten würde er schreien, aber sie konnte sich nicht noch weitere Reklamationen vom Professor erlauben. Hermine, die peinlich beschämt war, gab keine Antwort und schaute nur auf ihr Buch. Wie toll es doch wäre, wenn sie im Boden versinken könnte und dort warten, bis alles vorbei ist. Wie konnte der Professor sie nur so auffliegen lassen? Ihr war sofort bewusst, dass dies eine verdammt dunkle Idee von ihr gewesen war. »Jetzt denken bestimmt alle, dass sie Malfoy mag oder sowas in der Art. Und er selbst wird sich für noch wichtiger halten, als er es sowieso schon tut.« »Stehst du seit neuestem auf mich, oder wieso sollst du ständig meine Nähe?«, knurrte er weiter. »Ich suche nicht deine Nähe«, meinte Hermine ihm schnell klar und biss sich nervös auf die Unterlippe. Sie konnte nie auf jemanden wie Malfoy stehen. Ihr war äußerst klar, wie ihr Traummann sein musste. Er sollte nett sein, aufmerksam und liebevoll. Alles Eigenschaften, die nicht im Geringsten auf Malfoy zutreffen. Dennoch konnte sie verstehen, wieso er so etwas dachte. Schließlich hatte sie sich in den letzten Tagen ziemlich offensichtlich an ihn rangemacht. »Ach, echt?« Diesmal schaute er ihr in die Augen, was Hermine noch mehr in Verlegenheit brachte. Ein Blick wie Eis, genau wie seine Augenfarbe. Sie schluckte fest. »Ich stehe nicht auf dich«, sagte Hermine nun entschlossen. »Du bist gemein und eingebildet und immer total unsympathisch. Ich könnte nie auf dich stehen.« Ihre Worte waren Draco egal. Er wollte nicht, dass jemand wie sie ein Auge auf ihn geworfen hätte. Aber eine Antwort zu bekommen, war ihm nicht egal. Sowas kannte er nicht und konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Doch er kam nicht dazu, etwas zu sagen, denn Professor Bane intervenierte wieder. »Jetzt reicht's. Ihr verschwindet aus meinem Unterricht und zwar jeder in seinem Gemach.« Draco rollte mit den Augen. »Na wunderbar. Hast du Tolle gekriegt, Granger.« Aufgebracht stand Hermine auf, packte ihre Bücher und verließ, ohne auch nur ein Wort zu sagen, den Klassenraum. Diese blöde Wette hatte es tatsächlich geschafft, die Äger im Unterricht einzubrocken. Das würde ihr bestimmt in schlechte Note einbringen. Und das war etwas, was sie nicht dulden konnte. Aber was sie momentan mehr zu schaffen machte, war, dass Draco Malfe verdachte, sie würde auf ihn stehen. Doch was bedeutet das für die Wette mit Ginny? War es etwas Gutes oder etwas Schlechtes? War es etwas Has helpless. Und jetzt sind die Weise minuten. Vielen Dank.